Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen, nicht zu meinem neuen Let's Play, zum nächsten Part von Goro Goa. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Also er hat sich jetzt... Ich bin die ganze Zeit hier so am rummachen. Aber ich habe nicht wirklich Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ich finde, mir fehlen so ein bisschen die Anleitungen hier, weil das ist gerade so ein bisschen so ein durchge... Durchgeklicke auf gut Glück. Wir brauchen, glaube ich, fünf Früchte, ne? Jetzt das Blaue. Er muss fallen. Ach, lieber. Okay, hier ist schon mal nichts. Doch, also ich muss hier schon irgendwas machen. Kann ich das nicht so drüber? Also ich muss irgendwie da hin. Er muss Treppen steigen. Na komm, noch näher dran. Noch näher dran. Ich muss hier irgendwas mit diesem... Kästchen machen. Oh mein Gott. Krass. Ich hätte gedacht, dass man das vielleicht irgendwie miteinander verbinden kann. Aber anscheinend doch nicht. Nee, das hat man mal schon. Es geht jetzt, glaube ich, um das Blaue. Hier geht das schon mal nicht. Es ist sehr, 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 sehr kompliziert. Er muss eine Treppe hochsteigen. Das ist mir schon klar. Ich frage jetzt nur, äh... Wie? Ist hier eine Treppe? Nee. Karin Grau? Nee. Ich weiß nicht weiter. Ja. Ich komme ja auch nicht raus. Aus den beiden. Nee, das ist so nicht. Hier ist eine Treppe. Ja, aber... Himmel, Herr Gott, aber auch. Meinst du die? Das ist ein Rumgezeter hier. Ich meine, die könnten... ...im Prinzip hier auch mal, äh... ...irgendwas sagen. Nee. Ich gehe... ...jede Wette eines der Augen, was ist. Mhm. Wie geht jetzt hier die Stufen hoch? Ich muss hier noch irgendwie eine Verbindung schaffen. Das hat schon was damit zu tun. Dass ich das aber auch nicht schieben kann. Uh-huh. Nee. Um... Nee, 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 nee. Mir ist nicht so ganz klar, was man machen könnte. Gib mir doch einen Hinweis, Mann. Muss schon da irgendwas sein. Gehen wir mal raus. Also, das konnte ich machen, okay. Er muss gegen irgendwas stoßen. Die Frage ist, gegen was? Ich meine, die treffen sich ja nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Vielleicht nach oben. Und war hier nicht irgendwie eine Wüste? Jetzt ist hier nämlich gar kein Tor mehr. Mir ist aber nicht so ganz klar, was ich da machen soll. Ja gut, das hat er jetzt nicht mitgenommen. Da muss ich nochmal. Da könnte man doch bestimmt irgendwas mitmachen. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Aber das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Habe ich das denn gesehen? Habe ich das denn gesehen? Nee, hier nicht. Halt dich nicht. Habe ich das denn gesehen? Also, das hier ist schon der Schlüssel zu allem, aber ich weiß noch nicht so genau, wie genau das von Stocken gehen soll. Hier, aber... Ich kriege die ja nicht so übereinander. So, geh mal da hin. Jetzt muss ich hier auch das Bild wieder verändern. Ich fühle mich nicht so ganz sicher, wie das Ganze funktionieren soll. Oh, ich müsste vielleicht auch machen, dass es sich auch wirklich dreht. So, was können wir hier machen? Er lässt irgendwelche Schmetterlinge frei, aber ich kann da nicht rein tatschen. Hm. Zurück. Nee, du warst der Falsche. Äh, vielleicht zu diesem Baum? Der muss... Der geht irgendeinen Weg lang. Hm. Es ist mir noch schleierhaft, wie das funktionieren soll. Hm. Also, ich muss schon irgendwie mit den drei Büchern hier arbeiten. Aber die Frage ist, wie... Hm. Hm, hm, hm. Sehr schön. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Hm. Hm. Nee, da kann ich das auch nicht. Da ist hier der alte graue Mann. Also, ich muss hier irgendwie runterkommen. Die Frage ist nur, wie... Ja, 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 ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss hier. Ich muss hier irgendwie eine Treppe nach unten gehen. Ich muss hier irgendwie eine Treppe nach unten gehen. Aber wie? Wie? Ah, nein, nein, ich habe eine Idee. Moment. Vielleicht müssen wir hier nochmal so ein bisschen raus aus dem Bild. Alter, du machst das gerade echt nicht einfach. Die gehören irgendwie zusammen, aber ich weiß nicht, wie. Die haben irgendwas miteinander zu tun? Aha, 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 aha. Das macht auch jetzt irgendwas. Aber was? Das hat schon irgendwie... Das muss schon auch was machen. Himmel, Aschen, Zwirn, ich bin zu dumm für die Rätsel. Hm. Ich komme ja da nicht mehr hin. Ich kann gerade nur mit drei Sachen arbeiten. Also da kann ich nicht nochmal hin. Das ist fertig. Das muss ja damit irgendwas zu tun haben, weil hier ist ja im Prinzip nur das mit dem Ding. Das muss ja da so hin. Ich komme nicht weiter. Verdammt. Ja, aber was willst du mir denn sagen? Äh, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Das ist ja dafür zu groß. Das heißt, es muss ja irgendwas damit zu tun haben. Die Frage ist halt nur was, ne? Das ist es. Das ist ja wirklich qui? Du bist es. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss einen V-Köpfen. Aber du bewegst dich doch hier kein Stück. Ah, du gehst mir mit deiner Buschstrommel jetzt hier langsam mal ein bisschen auf den Zeige. Es kann halt nur eins von den Sachen sein. Nimm einen Moment. Wieso? Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur so... Ich weiß es nicht. Er bewegt hier irgendetwas. Aber die Frage ist, was? Was bewegt er? Ich kann ja auch nicht raus, oder? Kann ich raus? Nee, in seiner Animation kann ich nicht raus. Ich glaube, so macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Dass er dann hier so hoch geht. Hm. Das könnte alles von denen sein. Hm. 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 Ja, das ist es auch nicht. Ich hätte gedacht, wenn das Loch groß genug ist, dass er irgendwas so aufnimmt. Dass er vielleicht ein Rad dreht oder so. Vielleicht muss es wirklich nur das richtige Loch sein. Aber an sich ist das ja auch viel zu groß. So, du musst nochmal, glaube ich, da hin. Ich will was ausprobieren. Wir müssen... Oh Gott, wo war das denn jetzt? Ach hier. So, du kommst da hin. Ich hätte ganz gerne das Symbol. Und dann gucken wir mal. Ja, drehen wir dich nochmal. Da gehen wir raus. Äh, hier gehen wir raus. Ich hätte das, glaube ich, gebraucht, oder? Ich weiß es nicht. Ich schaff's nicht weiter. Nein, 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 nicht schon wieder der Typ. Vielleicht müssen wir die Kerze anzünden. Vielleicht müssen wir die Kerze anzünden. Ich geb's gleich auf. Ich hab keine Ahnung. Das Spiel, das ist etwas, was zum Beispiel mir überhaupt nicht gefällt. Es gibt keine Hinweise. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, wie ich was zu machen habe. Vielleicht muss ich einfach die Tür ändern. Aber die Frage ist, wie? Wir haben hier nirgendwo Türen. Das ist das Problem. Der sieht alles, der weiß alles. Also, wir hatten ja schon gesagt, dass das hier irgendwas machen muss. Aber die Frage ist, wie geht's hier jetzt weiter? Ich weiß es zum Beispiel nicht. Es könnte jeden von dem sein. Hier ist eine Treppe. Da hätte ich gedacht, dass man das irgendwie so machen kann. Aber es geht anscheinend nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich beende erstmal diesen Part. Ich weiß nicht weiter. Ich muss echt gucken. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.